Du, da ist wer Du, da sind zwei Was? Zwei ganz große Oh, oh ja Ich hätte mir mal Molotow kaufen sollen Kaufen Ein dicker und ein Doppelkopf-Füßler Dann mach Meinst du auf den Dicken? Na klar, der Dicke nimmt den Dicken Ich meine, der Wack hat Bei mir jetzt Babys sind ja auch Ja Was machen denn die Babys hier? Vielleicht kann ich mich nicht bewegen Ja, ist ja gut So macht der eigentlich nichts Ja, wahrscheinlich kann der einfach so eine Kurve laufen, oder? Das kann er ja Naja, und jetzt ist er tot So nämlich Wie, ich krieg keine Pfeile Besser ist es Ist ja aufzuschlagen Oh Mann Wieso hab ich Achso, ich hab ja Schaden Komm, 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 komm Das wäre die Ausdauer bei mir Was ist da los? Zack, zack, links rechts Oh Naja, bei dem ist nachkommt nicht gut Er schlägt zu schnell Aber wirklich? Naja Hab ich grad wenigstens Rüstung Eingebüßt Aber wo Wo ist der andere? Da liegt er Hallo Kley 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 Hallo Kley Wie geht's? Mir geht's grad Eigentlich ganz gut Ah, da wär noch einer Bist aber du Ja, wir erschrecken uns Nur von uns selbst Wenn wir so aussehen Aber hey Immerhin waren die Mutanten Jetzt hier und nicht Bei uns zu Hause Das ist mir sehr recht Wenn du dich Fragst, wo der Game Sound ist Der ist Die Aufnahme Also diese Karte, mit der ich aufnehme Der Der Sound ist abgekackt Kaputt gegangen Ja, das würden die Normalen Streamers sagen Ja, was würden die Unnormalen sagen? Ja, die Macher würden sagen Den kriegst du nur Wenn du ein Abo dalässt Das sind Toren Achso, ja Ja, genau Aber mich kann man nicht Abonnieren Ja, du bist ja auch Kein Macher Ach ja Wir wollten ja eigentlich Nur wildste Hört sich gut an Nein, der Game Sound Also Der normale Sound Ist ja da Nur der Game Sound nicht Weil, ja Marcel hatte auch schon Vor drei Jahren Probleme mit seinem Sound Das ist hier normal Ich wollte Ich müsste jetzt Den Stream neu starten Aber da der Kevin Da aufnimmt Da wollte ich jetzt nicht Ja, mir kann es doch nicht aussehen Ob du da neu startest Ja, logisch aber Das klingt jetzt gemein Aber ist halt so Ich mein, ich hab vorhin Ich mein, das hat wieder Zwei Stunden gehalten Ich mein, in einer Viertelstunde In einer Viertelstunde Können wir eine Pause machen Oder aufhören Oder Weiß ich nicht Wir müssen ja nicht so viel machen Ich mach ja noch Können wir auch machen Ich mach ja noch The Last of Us nebenher Das heißt, es sind immer Doppelt so viel Holten Noch einer da? Ich komm noch nie alleine, oder? Da hinten Oh, das sind die Decke Ja, ja, ja Entdeckung, Entdeckung Noch haben sie uns nicht gesehen Oh, Mann Jetzt haben wir zwei Wildschweine gefunden Aber jetzt kommen Es sind keine mehr da, ne? Jetzt haben wir alle ausgerottet Ja Stock Achso, hab ich voll Sauerei Ja, die Jack Sparrow Musik Ja, genau Die läuft im Hintergrund Also nicht nur Jack Sparrow Ist ja eine Playlist von Von YouTube Also da ist das Unseren Stimme Aber halt Das Spiel ist auch nicht Der ist halt Weiß The Game Sound Gone Ich soll in etwa Ja Kann ich ja essen War Wie viel überhaupt Samen von dem Ding an Nein Ähm Sieht sich gerade wieder Wegen so, ne? Das gefällt mir nicht Das sind auch wieder die Falsche, ne? Aber was willst du machen? Wenn kein Wildschwein da ist Was er jetzt haben von denen? Nee, kriegt man nicht Gerade Was von den Schlechten Ja Oh, hier sind schon wieder die Kleinen Nein Was für Kleinen? Die Babys Bist du schon wieder? Ja, nur, nur eins Unschönt Warum schon wieder? Er hat aber gereicht Um mir meine Rüstung wegzuhitten Danke dafür Oh Mann Das gibt's doch gar nicht hier Naja, ich hätte den Zweikopffüßler nicht 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 Verhalten soll in dem Nahkampf Das war ein bisschen Ja, der hat mir drei kaputt gemacht Das war ein bisschen dumm Aber dafür hab ich schon wieder Drei Mutantenrüstung Naja Was hab ich eigentlich jetzt? Ah, ich hab fünf Ich hab die letzten nicht ausgegeben Ich hatte ja noch Vollrüstung gehabt Ich spar wieder auf eine volle Tja, nix los hiermit Geht keine Wildschweine Da drüben ist noch eins Naja, jetzt hab ich hier keine Rüstung mehr zu verlieren Schade, schade Ah Wollte grad sagen, warum ist das nicht mit einem Pfeil tot? Es muss tot sein So will es das Gesetz Ja, aber du kriegst halt nicht, ne? Ja, ich hab mal getroffen Es hat ja geschrien Hm Hier sind aber keine Aber wir müssen hier spornen Hier spornen 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 Genau Du musst sie anspornen Ja, du hast es spornen Ja, du musst sie weggehen und wieder hingehen Hm, sie sind auch giftig, oder? Gibt's eigentlich Oh, neue Pflanze entdeckt Fliegenpilz Äh, sind die eigentlich giftig? Also die sind giftig, aber Ja Sind die auch im Game giftig? Sind alle Pilze giftig irgendwie? Nein Welche nicht? Ne, irgendwelche Steinpilze Würde ich mal behaupten Welche? Welche sind das? Sind halt so braun Hm Oder vorne hier, vorne wird's kühl Dum, 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 dum Ist das kühle Gewicht, Köln? Dum, 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 dum Da wo Schnee liegt, ne? Ja Naja Wird es eigentlich dann sofort kalt? Da wo Schnee liegt, ist meistens ne Wüste Die ist kalt Hier ist wieder ein Wasserbecken Schönes Ist, äh Immer noch kalt Da ist ein Wildschwein Es läuft in die Kühle Wieso hat das Schaden? Hast du das angehört? Nö, ich lauf hier unten rum Hab's stehen Hab's Ich hab's immer noch nicht Wie oft muss man das Treffen Jetzt hab ich's Wie oft muss man das Treffen, bitte Achso, ich hab ja keinen Platz Egal Warte, warte Hat er Fleisch Zwei Fleisch gesammelt Ich mein Okay Jetzt haben wir schon mal drei Ich würde jetzt mal nach Hause gehen Hier ist kalt und du bist nass Genau Wenn ich in den Winter laufe Ist es automatisch kalt und nass Achso, ja Natürlich Hier würde ich nach Hause gehen Und dann würden wir dann Denk ich mal Schluss machen, oder? Also das nicht reichen, sondern Wir können jetzt hier noch zwei Stunden Auch die hier sind gut Das sind gute Pilze Ja, guck Pilze Wenn die für dich hier liegen Das sind halt so Steinpilze Würde ich behaupten Aber die hab ich auch schon mal gegessen Die waren auch schlecht Ah ja, keine Ahnung Keine Ahnung Das Game ist halt manchmal ein bisschen komisch Ja Ist ja noch ein Wildschwein irgendwo Dum 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 Jetzt hab ich einen Ohrwurm davon Von was Vom Fluch der Karibik Soundtrack Ja, weil wir das gerade gesagt haben Ja Oh ne Den Film müsste ich doch auch mal wieder gucken Ich hab schon ewig schnell mehr geguckt Ja, wir haben die vor einem oder zwei Jahren geguckt So circa Vor einem Jahr glaube ich schon, ne? Und die Tage darauf sind meine Kopfhörer kaputt gegangen Stimmt, ja Ich hab jetzt noch meine Kopfhörer das neue Kabel dran gemacht Und trag die jetzt nicht mehr, wenn ich im Bett liege Oder Ich hab die zwar neben mir am Nachttisch halt liegen, aber ich trag die nicht mehr Mal gucken, wie lange das Kabel jetzt hält Wenn's wieder nach einem Monat oder so durch ist Dann weiß ich's auch nicht Dann muss ich mir wirklich Funkkopfhörer holen Ja, aber weiß ich halt nicht welche, weil es gibt halt Ich weiß halt, ich hab mir das bis jetzt nicht mehr, weil es gibt bestimmt jetzt neuere Oder was sagt, von anderen Anbietern auch Aber die von, die ich hab halt von, äh, wie heißt die Von Stilzeriaviers Da kann man halt den Akku tauschen Und dann musst du nicht laden, während du Ja Rätst, also spielst, weil dann Macht's auch keinen Sinn, dann brauchst du kein Kabel Dann brauchst du keine Kabellosen Wenn du den Akku nicht rausnehmen kannst, einen neuen reinmachst und fertig Bin ja sowieso eher für Dieben wieder aufladen Ich wollte ja auch eine Maus haben, die ich wieder auflade Ja, aber du lädst ja den Akku aus Du tust nur den Akku tauschen, hast ja zwei Akkus Ja, aber es ist halt ein Akku und nicht irgendwelche Batterien, die du verbrauchst Ja, ja, aber So, dann haben wir hier das Wildschwein Das hängen wir da hin Das ist kleiner als Was ich sagen muss Hast du das Krokodil eigentlich schon gesehen? Wo bist du? Hast du das Krokodil schon gesehen? Naja Weil ich sagen muss, dass deine Maus schon echt genügsam ist Ja Halt, ich muss einmal Alle halbe Jahre sowas aufladen Oder Akku, Batterie tauschen, das war's Oder ich hab ja jetzt einen Akku drin Keiner einfachen Doppel-A-Batterie, muss man sagen Ja, also ich hab jetzt einen Akku drin Und der hält halt auch ewig Und du schaltest halt den Akku raus Neun Akku rein, ladest den Akku auf Und dann ist er in sechs Monaten sowieso voll Also Egal Ja, aber ich Bei der Tastatur, ich hab da eine Funk-Tastatur Ähm Da ist ich Also ich hab da die von Corsair Die man in so ein Lab-Board Also so ein Board Wo man die Tastatur Also so ein Stück Brett kann man eigentlich sagen Und dann tut man dann die Tastatur da so einhaken Dass die dann in dem Ding integriert ist Mit dem Maus-Pad Da kannst du dann auch so verspielen Aber das hab ich dann eigentlich auch nie so wirklich gemacht Ja Aber dafür ist die nicht schlecht Und dafür ist das halt eine Funk-Tastatur Und Mechanik halt Dass die das nicht mehr haben Die haben keine Corsair Keine Kabellose Funk-Tastatur René ist hier wieder Stuck René? Ne, Reh? Ich hab mein Inventar voll Jaja, wir haben Essen zu viel Stimmt, mein Essen muss ich auch noch dranhängen Hier oben ist noch Platz So, dann kann ich mal das Reh anstacken, würde ich sagen Unstuckable Wo ist denn das? Wo ist denn das? Hier an der Wand Mit dem Gehör nach Das war jetzt kein Ein Stück Fleisch Ah hier, hallo Ich hab da was kaputt gemacht Mr. Unstuckable Hier Reh Ich kann dich nicht mehr mitnehmen Kannst du das mitnehmen? Reh Ja, gut Gut, gut Was, ich hab schon 10 Rehe Oh ja Und hier sind wir im Keller Ich hab 10 Rehe Hab ich schon Meine Güte Dann können nicht Wildschweine so Oft Jetzt haben wir keinen Platz mehr Dann nehme ich halt das so mit Ja, wahrscheinlich wenn du am richtigen Spot bist Sind die auch oft Aber es ist so schön, dass hier jetzt hat Da wird wirklich kaum noch Leute rumlaufen Also wenn ihr selber der Faust spielt, baut ne Wand Es sieht von hier so aus, als würde das so ein Stegosaurus jetzt rumlaufen Ja, setzen wir uns hier und machen Schluss Oder ja Oder? Ja, aber vorher müssen wir uns noch selbst verbrennen Was? Müssen wir das? Ja Nicht deine Rüstung Nein Ja Hat eine Rüstung Garot gemacht, was du willst Sind nur Knochen Und Und links Das Kriegen wir alles wieder Nur Nur Fleisch, was verbrennt Ja Erstmal lecker Pillen reinhauen Oh ja Da muss ich wirklich die andere Aufnahmekarte benutzen Was sind das für ein Müll? Dim 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 Ach Ja, schön Ja, fünf Minuten brauchen wir noch Ne, brauchen wir nicht, gell Ja, wie, brauchen wir nicht Ist hier halt kürzer, was sollst Ja, ich schneide das eh wieder so komisch Dass es alles hinten und vorne nicht passt Ja, das ist immer ein Mal Wir tun wieder die Zeit rausziehen Ja, man muss doch das Let's Play in die Länge ziehen Okay Folge muss doch über acht Minuten kommen Dass ich da drauf keine Werbung schalten kann Und keinen Cent damit verdienen Warum mach ich das eigentlich? Wer kauft mir einen neuen Arbeitsspeicher? Weil du Spaß dran hast Brauchst du nicht Ja doch, ich mach mir schon große Sorgen Um meinen Arbeitsspeicher Okay Warum? Ja, weil beim alten Rechner der kaputt gegangen ist Aber mir ist bisher schon nichts kaputt gegangen Man muss besser aufpassen auf seinen Arbeitsspeicher Ja gut Ich halt mal kurz das Bild ab So, mit diesen Weisheiten verabschieden wir uns dann Aus der Aufnahme Und denkt immer dran, eine Mauer zu bauen Das ist sehr wichtig, wie man hier sieht Bringt nix Ja Ja, wie, was bringt nix? Bringt nix Ja, das Mein Device abschalten wir da anscheinend Du musst den ganzen PC neu starten Den ganzen PC neu starten Ja, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme Jo Und Zwischen den Aufnahmen, du Ja, nee, das müssen wir live aufnehmen Das ist so ein Ereignis Ich den PC neu starte Was man festhalten muss Das geht doch nicht Mit 40 Mbit in H265 wohlgemerkt, ne? Läuft Muss ich mal gucken, ob ich dann hier Der Tobi wischt Er wischt Nein Nein Der wischt auf Okay, ich muss ganz schnell ausmachen Ich muss SARS-Kommentare schreiben jetzt Das kann ich so nicht stehen lassen Tobi, wenn du das hier siehst Ich sag's dir, das gibt Ärger Es sieht aber so aus, als ob das ein gesponsorter Stream ist Weil er hat ein Ad in seiner Was? In seinem Titel Als ob der von Genshin gesponsert wird Weiß ich nicht, da steht Ad Und das ist Hashtag Ad Und das ist das Sponsor-Ding eigentlich immer Ja, eigentlich muss er das schreiben, wenn er ein Ding hat, ne? Ja Bezahlte Werbung Denk ich mal Hm Muss ich gleich mal nachfragen Okay, ja, jetzt hat man genug die Aufnahme rausgezogen Jetzt sind wir fast bei die drei Gut, dann sag ich Ja gut, der Stream ist sponsert bei World of Warships Nicht Genshin Hey, was für World of Warships Er spielt da später bestimmt In seinem 24-Stunden-Stream, was gerade ist Das ist ein Pay-to-Win-Spiel, was soll man damit? Naja Ja gut, wir haben ja mal World of Tanks gespielt Das war ja eigentlich nicht so Oder haben wir das zusammen gespielt? Ja, das ist aber Das war mal auf der Playstation mal gespielt Ja Das ist aber halt auch Pay-to-Win Ja, aber Kannst ja Free-to-Play spielen In Genshin auch Ja, aber in Genshin fucken dich halt nicht die Leute nieder, die da 1000 Euro reinstecken Ja, stimmt Also so hatten wir es mir mal zugetragen Ich will jetzt nicht Na, ich muss ja Girls Girls and Panzer hatten sie ja in einem Kollab gehabt damals Nicht, dass mir jetzt hier irgendwie nachgesagt wird Ich würde irgendwas schlecht reden oder so Ja, hast du das schon gesehen, ne? Mit Mit Hanno Hanno und World of Tanks, ne? Ich hab das Thumbnail gesehen, ja Das Video nicht geguckt Da ist jetzt ein Ansager in dem Game Musst du halt Geld Also Geld ausgeben, dann kriegst du den Und dann geht der immer mit dir Toll Ja Hurra Ja gut, dann machen wir die Aufnahme jetzt aus Haben wir die drei Stunden voll Perfekt, haben wir noch voll gequatscht Muss ja auch mal sein Und Ja, dann Haut bei dem Kollegen hier vorbei Der streamt manchmal Alle drei Jahre Lädter mal fünf, sechs Videos hoch Und dann Hab da was zu gucken, ne? Okay Ja, so ist halt, ne? Okay, passt Dann Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020